Musik Ich weiß, wo du bist. Komm jetzt raus. Ich werde dich müde sein. Musik Gehen wir mal hier weiter. Musik 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 Zoi, du bereitest deinem Mutterson. Zoi, du bereitest deinem Mutterson, du bereitest deinem Mutterson. Zoi, du bereitest deinem Mutterson. Wie schön, da bist du. Oh nein. Come here, Herr Zoey. Oh, what have you done? Schatz, ich weiß nicht, komm jetzt raus. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh doch. Ich muss irgendwie diese Wechselkisse öffnen, aber weh. Das kann ich überhaupt mit dem hier machen. Ich bin hier. 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 Sie sind hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. What? 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 ich würde sagen wir hauen mit dem auto wieder ab so wird das nichts ja sicher doch ich habe nicht gefühlt scheiße Bitte! sie kann man doch dieser verkackte werkzeugkiste öffnen aber wie es vielleicht mehr als ein schloss das aufgehoben werden kann okay luke ist okay luke ist hat seinen tofe auf irgendeine art modifiziert warte ich gehe mal wieder nach oben so 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Warum passiert das? Untertitelung. BR 2018 Ich habe dich gefunden. Schluss. Nein, sei still. Du bist nicht ich. Untertitelung. BR 2018 Betty? 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 ZOE! Du bereitest deinem Wutanzon! ZOE! 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 Das war's für heute. Schatz, ich weiß, wo du bist. Komm jetzt raus. Ich werde nicht wütend sein. Was wird dir also, du gehst nirgends hin? Was fällt dir ein, Zoe? Du gehst nirgends hin. Zoe! Du bereitest deine Mutter Sorge! Wir müssen irgendwie nach draußen, weil im Wohnraum ist ein Gast. Stand im Brief. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Komm schon. Geh auf, du Schöpflein. Danny! Bitte! Bitte! Nein! Nein! Haltet auf dich. Danny! Nein! Warum kannst du nicht? Was ist denn los, Süße? Willst du dich mit deiner neuen Schwester spielen? Ja, ja, komm. Warum passiert das? Wie bist du? Wie bist du? Lois, ich hab gerade versucht. Oh, du hast dich da immer gern verstanden. Nein, sei still! Du bist nicht dich! Benni! Benni! Was ist das? Schatz! Ich weiß, wo du bist. Komm jetzt raus! Ich werde nicht wütend sein. Du bist nicht schlau genug, die von mir zu verschränken. Ich hätte solch ein Verhalten verlobt, jetzt erwartet aber nicht von dir. Das war zu langsam. Was fällt dir also? Du gehst nirgends hin! Ich habe die Flasche! 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 Beide ich ihm ab. ja Ah, das ist... Oh, das ist... Oh, das ist... Oh, das ist... Sie konnten so wenig zu machen Fahrt führen. Tja, Pesch gehabt. Ja, liebe Freunde, ich würde was sagen. Wir machen jetzt Schluss. Und in der nächsten Folge geht es natürlich weiter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.